Und so erschlug der Mensch das Tier und so ging er ein in Belias Reich. Oder so ähnlich. Großmutter? Bist du das? Ähm... Komme ich hier durch wenigstens? Solange sie am Fernseher gucken ist... Ich kann die im Radio wenigstens einschalten, ne? Großmutter, Großmutter! Du kannst so laut schreien, bis mir eine Blutgefäße bleibt. Muss ich langsam da hin? Oh, was ist das? warte mal die idee die ich jetzt gerade hatte würde so nicht funktionieren weil ich nicht den dreißigsten zeller kartoffelbrei auf essen wollte aber wie mache ich das jetzt mit der tür oder muss ich großmutter komme ich von hier an die badewanne nicht meine nachmittagsgerichtshof da ist wirklich so vor allem großmutter raucht auch viel wie ich sehe ich muss irgendwie die tür aufmachen und brauche dafür den hocker aber solange großmutter da hatte ich hier im fernseher das ist kein fernseher und an die seife komme ich auch nicht dran warte mal auf die badewanne wollte jetzt ich komme sonst nicht anders zurück deswegen habe ich mich noch mal ins links hier müssen in die badewanne machen wir mal ein badespring okay von da wird es nicht funktionieren was ich vorhatte vielleicht hier oben und dann mit dem radio irgendwas ne am radio kommen wir nicht vorbei kann ich den stecker in die ziehen ich glaube das wird auch nicht funktionieren wie kommen wir an großmutter vorbei um diese tür zu öffnen okay ich dachte wenn ich da versteckt bin wird die mich nicht wahrnehmen aber wieso weiß die ganz genau wo ich bin der fernseher läuft doch wieder warum großmutter aber das war eine idee die ich jetzt hatte die würde vielleicht sogar noch funktionieren nein 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 wir gehen die ideen langsam aus also ab jetzt dürft ihr mitraten ja so 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 werde ich sterben wenn ich jetzt loslasse kann ich dem den fernseher ausschalten das hat doch gespeichert gerade letzte idee wäre im altersheim anzusuchen und die alte abholen ja da könnte sie wenigstens den ganzen tag fernsehen ohne dass die enkel enkelkinder irgendwie probleme machen sage ich jetzt mal so ein verbringen wollen mit einem das ist alles nass und mit strom wir haben hier einen einkaufswagen kann ich den verschieben ja ich kann den verschieben ich glaube der muss hier hin 1 muss hier sagen das spiel dauert bis ab jetzt erst mal schon also jetzt schon eine stunde länger als der vorgänger wir sind jetzt schon bei vier stunden ich dachte den letzten sprung schaffe ich nicht mehr hier gibt es kein wasser komm ich hier durch ja wir haben ball ich fand hier irgendwas wo sieht da wo ja ah da oben ist eingang oder ein durchgang das blinkt geht der strung gleich wieder an da bleibt es aus da bleibt es aus ich glaube ich glaube den einkaufswagen wieder und der strung gleich wieder anzumachen und der strung gleich wieder anzumachen im altenheim muss man die nicht besuchen alle zwölf monats kommt irgendeine grundschulklasse und sinkt dir was vor ich muss rein das fände ich echt bitter so ähm wenn 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 man im altersheim nicht nicht mal mehr besucht wird von von der eigenen familie so strom ist wieder an wo ich 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 dachte schon ich falle gleich äh runter warum hat er nicht gegriffen ich habe doch die greiftaste gehabt boah bitte sei der einkaufswagen noch dort wo ich denn hingetan hatte nein nein deine eigene familie kannst du mit den worten ich möchte mein erbe perfekt so jetzt will ich aber nein der einkaufswagen ist nicht mehr da wo ich den haben möchte ouch so einmal drehen 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 die steuerung ist echt alles andere als geil beim einkaufswagen schieben hier so warum speichert es hier nicht nochmal so so strom ist an so 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 So, genug TV geguckt. Nur als kleine Vorsichtsmaßnahme. Warte, ich glaube, ich muss den hier ausschalten, damit die da reingehen. Okay, jetzt kommen die. Alter, wie süchtig kann man nach Fernsehen bitte sein? Aber wo geht's weiter? Ich muss da doch irgendwie durch. Gehe da lieber nicht zu nah. Was, wenn ich hier wieder ausmache? Dann rennen die wieder da hinten hin. Was, wenn ich beides komplett ausmache? Okay. Nein, nein, nein! Ich komme von hier oben, aber auch nicht da ran. Der eine ist schon fast durch. Sieben und halb Stunden streamen. Und wieder. Ja. Ey, Freddy, wenn du irgendwann schlafen gehen musst oder so, ist kein Problem. Ich will die jetzt auch nicht weiter wach halten oder so, sagen wir jetzt mal. So. Kann es sein, dass die hier durch müssen? Ah, okay, wenn du Urlaub hast, dann, äh, habe ich nichts gesagt. Und Spaß an meinem Stream, dann bist du der Einzige wirklich. Ach, du bist dann auch noch ein paar Tage in Tschechien? Okay. Okay. Besuchst du Warhouse Studios dann? Mir fällt jetzt erst auf, was ich hätte machen können. Ich brauche einen Fernseher. Ich brauche einen Fernseher. Da. Da ist ein Fernseher. Glaub ich, die machen jetzt. Nein! Macht's an! Boah, war das knapp jetzt. Boah ey, wenn du nach die Rataia-Gegend gehst oder auch nach Skarlitz und so mach mal Fotos auf jeden Fall So, es hat gespeichert Skarlitz ist ja nichts mehr Gibt es das Ding? Äh, sie sind im Fernsehen Ähm Na Axt Nimm die Axt auf Komm, schnell Renn durch Jetzt hat er mich Äh, das haben die nicht wieder aufgebaut Aber die ganze Map von KCD wäre an einem Tag abzulaufen Das wäre drin Naja, vielleicht zwei Also Ich glaube nicht, dass äh Es in einem Tag abzulaufen wäre Oder zwei Okay, jetzt braucht er ganz dringend die Axt Die Tür aufmachen So, komm, nimm die Axt auf Eins Eins Zwei 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 Ja Ja, dann glaube ich auch Okay, das ist alles recht dicht Innen Da ist er Und wir mit der Postbootnütze Gut, warte mal Ähm Das ist wirklich der Slenderman Nein Wo, wo springst du denn? So Mach auf Ähm Alter, ich Ich dachte schon, ich muss springen oder so Ähm Ein Zugvergon Was macht ein Zugvergon mitten auf dem Dach? Gibt's hier eine Mütze? Warte mal Ich will mal kurz gucken Das hier könnte vielleicht der Lokführer sein Vielleicht gibt's hier eine Lokführermütze? Oh nein Auf dem Geländer bin ich gelandet Alter, warum macht er so eine Yacht auf mich? Ich hab ihm doch nichts getan Nein, gleich hat er mich, gleich hat er mich Nein, 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 nein. Ich bin gleich beim Chat, ja? Achso, ich fahre jetzt. Der kommt nicht so sehr. Alles klar, fertig. Okay, äh, wir haben Rücken, einen Hexenschuss haben bei uns eingefangen. Das 8? Wie sie auf einer Gleise balanciert, okay. Ähm. Okay, ne Leiter. Die wir sehr langsam hochgehen. Die wir sehr langsam hochgehen. Ähm. Okay. Die Lichter sind jetzt alle aus. Slenderman ist wieder da. Wir haben den Hut abgesetzt. Ähm. Okay. Okay. Haben wir diese Macht auf einmal? Auskommt im Fernsehen oder wie? Jetzt stürzen die Häuser da hinten langsam ein Und er zerfällt wie Voldemort Schnelles schnelles um an 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 Wir haben eine Tür hergezaubert. Und sind ohne Mütze. Okay, ich kann nur in die eine Richtung. Kamera bewegt sich sonst gar nicht. So, der krumme Gang sind wir wieder. Hey! Nein! Ich wollte da durch! Ich glaube immer der Musik folgen. Hier ist die Musik laut. Gibt es hier noch andere Türen? Nee! Hier kommt keine Musik. Hier geht es nicht weiter. Dann hier lang, würde ich mal sagen. Ja, das war richtig. Hier kommt wieder Mucke. Hier nicht. Hier sind alle Türen zu. Also geht es nur in diese eine Richtung. Okay, vier Türen diesmal. Hier kommt Musik. Hier kommt keine Musik. Wie öffne ich die jetzt? Ich muss da irgendwie rein. Mein Schatten geht da durch. So. Hä? Kann ich da irgendwie hochklettern und das dann irgendwie am Türknopf ziehen? Ja. Erstmal in die richtige Richtung springen, muss ich auch noch. Ich glaube, am Türknopf komme ich eh nicht ran. Komm, bleib offen! Nee, hier wär... So. Komm. Laufen bleiben. Ah! Okay. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Okay. Okay, jetzt sind's nochmal mehr. Äh, warte mal. Es geht sogar hier noch weit. Okay, hier. Ähm. Ähm. Ich glaub, das müssen wir erstmal umschmeißen. So, die Tür ist es nicht. Die hier ist es auch nicht. Die hier. Und die hier? Ja. Okay, äh, wenn da gleich die nächste so ist, äh, erstmal alles umschmeißen, aufmachen und so weiter, was wir finden. Okay, hier haben wir die Spieluhr. Okay. Und? Ja, hier. Hey! 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 Ich hoffe, die tut mir jetzt nichts. Hier ist ein Hammer. Willkommen zurück, Freddy. Wir haben Eight gefunden. Muss ich ihr auf die Hand hauen? Okay. Sie darf ich jetzt nicht hauen? Das Ding? Ähm. Was war das jetzt? Ähm. Ey, das ist böse. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe ihr Spielzeug kaputt gemacht. Jetzt will sie mich kaputt machen. Ähm. Ja. 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 Ich glaube, ich muss an die Axt. Ja. 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 kaputt machen. Warum? Ich will das irgendwie nicht. Alter, was? Das ist übel mit dir. Ja, hat wirklich was von Pyramid Head gerade. Von nur mit leicht. Ich habe hier eine Mücke irgendwie rumschwirren. Ich hoffe, die sticht mich gleich nicht. Ich habe voll das schlechte Gewissen, ihr Spielzeugparton zu machen. Wo ist die Axt hin? Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Hat mich noch im letzten Moment erwischt. Mist. Okay, äh... Alter! 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 ARD Text im Auftrag von Funk Oh, 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 oh. Sie schrumpft wieder. Sie ist wieder normal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was auch immer das ist, es guckt mich an. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. was ist das eigentlich die fernbedingungen habe ich auch nicht mehr stimmt das mit den dingens habe ich irgendwie noch nicht gemacht dass man das öfters machen kann nutzen kann wo muss ich hin und was ist das sind ist das ist das fleisch ist das schleim erinnert mich ein bisschen als trade das von diesen zirks dieses zeug da wo muss ich hin uns endlos laufen gehe ich mal von aus hier ist licht hier sind stuhl und jetzt da sind wieder sehr viele augen die alle näher kommen okay Wir werden größer. Stimmt, da war ja was. Dieser Slenderman? Wir werden ja zu dem. Stimmt, da war ja was. 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 Ja, hat jetzt sogar tatsächlich fast zwei Stunden länger gedauert als der Vorgänger. Hat mir deutlich mehr Spaß gemacht, muss ich gestehen, ja, hat deutlich mehr Spaß gemacht. Ich finde das aber auch richtig nice. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Ja, 8 hat uns verraten, aber das erklärt auch warum im ersten Teil 8 alleine war. Denn das hier, das soll ja vor Little Nightmares 1 spielen. Ist ja die Vorgeschichte. Ist ja die Vorgeschichte. Also so ähnlich wie bei Red Dead Redemption, dass Red Dead Redemption 2 halt auch vor dem ersten Teil spielt. Ist jetzt nur die Frage spielt dann der dritte Teil, der jetzt kommt, vor oder nach dem zweiten Teil, der jetzt kommt, vor oder nach dem zweiten Teil, der jetzt kommt. Und ich bin ganz gespannt, sie sind ja dann beim neuen, bei Little Nightmares 3, sind ja auch neue Entwickler. Und man kann das dann zu zweit, aber auch alleine spielen, soll dann möglich sein. Office Dogs, seltener Otto, Aja, Bisou, Sami, Cesar, Isa. Oh, das ist ja süß. Dass die Haustiere auch noch hier verewigt werden in den Credits. Das ist ja richtig süß, das finde ich super. Und Freddy, man darf nicht vergessen, 8 haben wir im ersten Teil ja gespielt. Sie spielten wir ja im ersten Teil, im zweiten dann hier eines der Monster hier aus Little Nightmares. Also einen, der zu einem Monster wird. Und ich glaube, dadurch wurde dann auch erklärt, so wie manche Monster entstehen oder entstanden sind. So, ich bin aber wirklich gespannt auf den dritten Teil. So, ähm, der Chat hier auf Twitch darf sich eigentlich schon mal aussuchen, wen wir raiden wollen würden. So, ähm, weil ich weiß jetzt nicht, was ich noch mehr sagen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf den dritten Teil. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich es alleine spielen werde oder mit jemandem zusammen. Das weiß ich nicht. Mal gucken, mal schauen. So, aber bis dahin ist ja noch ein Weilchen hin. Okay, äh, Freddy, wir gehen dann gleich zu Veggie Fetty. Auch an dir auf YouTube, wenn ihr auch auf Stream, äh, vorbeischaut oder auf Twitch vorbeischaut im Stream oder so. Gerne auch mal den Veggie Fetty folgen, so, vorbeischauen. Äh, sehr interessanter Typ auf jeden Fall. Spielt Gothic, äh, im Stream. Und, äh, noch als Challenge dazu, macht er auch noch hier, ähm, macht er das Zocken auch noch auf dem Laufband. Und für jeden Rate und für jeden Follow muss er dann auf Höchstgeschwindigkeit, war das so, glaube ich, Freddy? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber war das so, dann, äh, muss er auf Höchstgeschwindigkeit eine bestimmte Zeit machen. Also für YouTube folgt dem auch gerne mal, werde ich dann auch in den Kanal, äh, so in die Kanalbeschreibung einen kleinen Shoutout da, äh, da lassen. Dann könnt ihr da auch mal reinschauen. Der hat, der hat immer andere Vorgaben. Ach, okay. Ja, dann machen wir das gleich. So. Ansonsten für YouTube verabschiede ich mich schon mal. Und, äh, für Twitch machen wir gleich den Rate. Ich schalte mal aber die Kamera kurz weg. Dann lasse ich das mal entspannt hier weiter abspielen. Dann bis gleich. Beziehungsweise für YouTube, ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Und für Twitch, bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020